jo was geht ab willkommen zurück hier bei lol der kopf ja willkommen zurück hier bei walheim ich rüst mich jetzt mal ein bisschen aus ja kommen können wir alle vier nehmen und locks ja kommen ich muss jetzt aber dann nicht so viel so das werden wir noch mal gerade los holz kann ich behalten ich habe glaube ich nicht so viel holz deswegen wäre das hatte ich sortiert schon müsste da alles nee da liegt gar nichts drin ich glaube ich weiß aber wo ich holz finde wir gehen heute mal ins gebirge und gucken ob wir die füchse themen dann müssen wir erstmal ein gutter bauen dann da rein locken dann muss ich die mit fleisch füttern ich hoffe mal das hirschfleisch geht und vielleicht ist es blöd ein gutter aus holz zu bauen ich weiß nicht wie lange das stand hält das muss man auch noch mal sortieren hier warum liegen eigentlich amor dinge rum dinge hier oben war irgendwo auch noch eine kiste jetzt trage ich zu viel meine die hütte die steht ja jetzt ne ich möchte jetzt hier könnte man schon eine geile waffen kann man draus machen das wollen wir auch noch haben da fehlt eisen verzierung so wir probieren das jetzt mal mit dem karren hoch zu bekommen das lasse ich drin weil ich nicht weiß warum es da liegt ähm die kiste warte mal die ich wollte eigentlich in die ebene gehen weil ich jetzt holz suche mache ich schon wieder anderen mist die hatte ich geleert ich glaube die baue ich auch ab deswegen oh voll übertrieben auch mit den fackeln hier wieder muss aber auch normales harz rein ne die sind nämlich schon leer wir haben füllt die fackeln eigentlich dann immer auf schwarzmetall turmschild das fange ich mal hier mit bei den rüsten das hatte ich noch nicht mal das ist ja wohl auch privat halt waren das ausdauer und kristall gut bei den kristallen glaube ich weiß ich warum hier komme ich jetzt eh nicht raus oder doch weil wir wollten ja eigentlich fenster reinbauen allerdings kann man sich das vielleicht sparen wenn da eine waffenkammer draus wird aus dem gebäude für ein badehaus ist es vielleicht schon einfach zu groß geworden dann kann man ja so jedes rüstungsset einmal an so einen armor stand setzen und die waffen die anderen hängt man eben schön alle da dran richtig gut sortiert jetzt geht es los hier äh da ist zum beispiel auch tier die lass ich nochmal noch drin samen ah da war noch birkensamen drin die hatten wir hier oben oh wie viele ne trollleder hatte ich gesehen dann hier ist leer dann knochen hier oben ist ja wieder leer ich hab ja alles äh verpulvert zu kohle machen lassen von thor blüßen ja da könnt ihr auch mal schauen okay das ist richtig dann haben wir bei extras sind die kristalle drin ja die schlüsse müssen da auch nicht drin liegen aber ich lass die da jetzt erst mal dann haben wir noch edelholz so und das holz behalte ich so ja ähm kirschfleisch ich nehm mal vier mit vielleicht reicht es so jetzt gehen wir durch das neue portal aus ach so hier waren ja noch mehr drin boah das muss eh hoch komm schaffst du ne kernholz dann pflanzen oben und harz pack ich weg so ähm pfeile hab ich noch genug am start für den fall das wird krass also das könnte ja auch ähm ein drache kommen was gut ist für die drüse die ich brauche die augencreme ah jetzt ist die frage wo gehe ich denn eigentlich hin das haben wir schon alles abgegrast das auch ich bin letztes mal hier unten beim farmen gewesen das gebirge da ist noch ein gebirge ist aber echt ein bisschen weit gerade von hier unten bis dahin ich meine wir hätten irgendwo da war es nicht irgendwo im osten hier bei der drachenmutter es scheint ja ein größeres gebirge zu sein also ich hoffe es mal da oben das ist kein gebirge hier war nichts ich dachte irgendwo wäre nur eins offen gewesen was wir noch ein bisschen da hier ist noch ein gebirge aber da gibt es kein portal hin hier westebene ist das nächste da müssen wir auf jeden fall nochmal eins setzen hier haben wir noch genug die ist doch alles noch voll so aber dann gehe ich mal bei der drachenmutter hin so knochenwanst jaglut der uralte drachenmutter cool ne so genau in diese richtung da waren wir noch nicht so da sind wir auch schon bei wölfen sehr gut jetzt gucken wir mal dass wir hier ganz schnell ähm herstellung ne werkbank setzen und ein kleines gutter bauen schon ist er eingesprungen oh nein der kommt da hoch hüpp 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 okay der ist gar nicht so dumm ne meine ausdauer ist weg verdammt dann muss ich mal weiter bauen hier ja ist er gut hat er schon zerstört so ich wusste es hallo achso jetzt habe ich es nicht wirklich weggeworfen ist er das jetzt komm tu es ach ich glaube das schmeckt dem nicht ich so ich soll ich muss dann einfach nur pfanne machen ich muss Kartoffeln und Hörn Paprika und Chili oder wird sie nicht scharf ja so und da ist er durch verdammt so ich stand auch einfach zu nahe man musste ja dann in ruhe lassen aber der bleibt daran ja es kann meine schwester und gefragt wegen abendessen ich lasse ihn jetzt einfach mal da drin wahrscheinlich wird es sowieso zerstören komplett da zieht ihm halt 43 ne ja war schon wieder halb kaputt ich glaube das zeug hält da nicht lang und was anderes bauen ja da ist er schon wieder frei ich baue jetzt einfach hier komm ich brauche auch ruhe beim bauen ich weiß nicht ob das reicht also es kann sein dass sie da wieder rauskommen so und jetzt will ich mal wissen der hat keins davon gesnackt ich brauche wahrscheinlich was anderes müsste ich nachschauen mit was man die taint so ich könnte da rein und rausspringen wenn wolf kommt kurzer check und dann werden wir sehen ob der da wieder rauskommt ich brauche eigentlich jetzt nur noch einen finden hier ist direkt noch ein ei das ist aber gut direkt bei der drachenmutter dafür brauchte man die eier doch hier könnte man auch noch silber farmen ja nicht dagegen kloppen man hier ist es ein bisschen steil ne ruine wäre ja jetzt ganz nice ne oh da unten ist eine ruine die hatten wir auch noch nicht oh da kommt der erste drache gib mich dein loot keine wölfe hier oh da hinten ist auch noch was aber ich glaube nee das ist unsere hütte oder ja die war doch nicht so weit unten ja gut ja gut